Hallo meine liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2. Wir sind immer noch in unserem kleinen Roboter-Camp hin, nachdem wir gerade eben Damonta verlassen hatten. Und wir haben schon wieder Disco-Uts-Party und deswegen müssen wir ganz kurz eben hier mal kicken, damit wir mal eben schnell den Onkel mit der Uts hier mal kurz eben ausmachen. Aber gut, war jetzt natürlich gerade ein bisschen friendly fire, das aber jetzt auch gerade mal mir egal. So, jetzt kommt der Onkel mit dem Hammer und der Hammer, der geht Jo. Toll. Fast nicht daneben geschossen, äh gehauen. So, mal eben kurz nachladen und mal ganz kurz eben mit dem Flintenpeter hier mal ganz kurz eben reingerotzt. Ähm, das gibt friendly fire, das ist nicht gut. Den aber weg hier. So. Den nehmen wir mal ganz kurz eben aus der Schussbahn hier. Ähm. Zweimal schießen können wir gerade mal. Das Problem ist, er ist als nächstes dran hier. Ich hoffe, der macht nicht allzu viel Damage. So, kurz den rausknipsen, soweit es geht. Gehirne! Haha, daneben! Alter! Alter! Diese fiesen Killer, die sind aber auch echt fiese killerig, ey. So, dann nehmen wir mal ein bisschen verhauen hier. Alter, der macht dem einen Schaden. Hä? Steht noch? Okay. Verwirkung der Weise. Oh, beide ausgeknipst. Super Lauf. Ja, der Superditsch ist super. Ja, können wir das gerade natürlich nicht angreifen. Machen wir mal einen Hinterhalt. Und, äh, er schießt mal auf ihn hier. Okay. Mist. Aber sollte man das eigentlich hinkriegen, oder? Jawoll! Es gab auch ordentlich Erfahrungspünktchen. Wollen wir das mitnehmen? Vier Pfund. Er kann bestimmt schleppen. Wir nehmen das mal einfach gerade alles mit. Man weiß ja nie, für wann man das mal brauchen kann. Im Zweifelsfall können wir den Scheiß einfach verkaufen. So. Und dann erstmal hier runter wieder von der Map. Ja, möchte ich. Entschuldigung, ich war jetzt gerade ganz kurz eben geistig abwesend. So. Ich glaube, wir kommen jetzt hier nicht. Okay, gibt also wieder einen Kampf. Ich habe halt echt keine Ahnung mehr, wo dieser blöde Funkturm war. So. Und da geht die Begegnung später von Neuem los. Das kann sich ja nur um Jahre handeln hier. Können wir schon nachladen eventuell? Ne. Ich bin mal nach vorne hier. Machen wir einen Hinterhalt. So. Machen wir mal eine schöne Feuerreihe hier. Und hoffen, dass der sich direkt richtig hinstellt. Was er natürlich nicht tut. Sondern direkt wieder vorliegsten Halper. Das ist halt echt die größte Schweinerei immer. Boah, nein. Und diese hässlichen Scheißviecher. Erstens sind die total unnütz. Und zweitens, warum können die so unglaublich weit rennen? Das ist einfach so scheiße. Ich hasse diese Viecher einfach. Und da stelle ich... Natürlich stelle ich nicht da hin. Ach, er ist dran. Das heißt, mal ganz kurz hier noch darstellen. So. Hallo. Na, tut mir leid, dass ich jetzt echt teilweise so ein bisschen genervt bin einfach nur. Aber das ist halt echt einfach nur unnötig. Zwei AP können wir verbrauchen. Bis zu zwei zumindest. Gehen wir mal nach da. Okay. So, beenden. Ähm... Wir sollten uns übrigens angewöhnen, jedes Mal nachzuladen nach jedem Kampf. Ich verchecke es irgendwie jedes Mal. Also dennoch ganz kräftig aus. Hier muss man sagen. So. Schau mal aus, das Ding. Schön. Der ist auch ab Boris. Vielleicht trifft er den ja 5%. Das ist natürlich auch eine enorme... Das Ding möchte ich mal durchlesen ganz genau. Das ist ja echt irgendwie nur scheiße. 36. Ähm... Mach mal was bei den hier. Schade. Huiiii. Hoppsala. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz eben gucken hier. Ähm... Ähm... Wie kriegen wir sie denn jetzt nochmal? Ähm... Aufheben. Und zwar bitte mit dem... Einfachen Erste-Helf-Git. Tch. Es gibt's doch nicht! Was soll denn der Quatsch? Das ist das Schlick. Einfach umgefallen hier. Der alte Schlick. So. Alle markieren. Und jetzt erstmal nachladen, Kinder. So. Und bei dir... Guck mal doch jetzt mal bitte eben. Was kann dieses Ding hier überhaupt? Inventory. 5% Trefferwahrscheinlichkeit. Alter. Achso. Wegen 6 benötigt er Stärke von 6. Okay. Ähm... Wir haben natürlich jetzt... Oh. Wir könnten Punkte bestätigen und zwar auf Stärke 6 gehen. Dann sollten wir jetzt eine etwas erhöhte... Ja. 25%. Achso ganz nett eigentlich. So. Fertigkeiten. Haben wir noch zwei Stück. Ähm... Können wir natürlich rohe Gewalt nehmen. Können wir uns nicht leisten. Okay. Lassen wir das erstmal. Ähm... Ja, ja, ich weiß. Ich hab's ganz toll gemacht. Dann gehen wir mal ganz kurz eben einmal durch Charakter und Attribute vor allen Dingen. Ein Attributspunkt, wo auch immer wir den her haben. Ähm... Die geben wir auch mal eben ganz schnell ihm hier. Wir haben so viel Zeug. Wahrnehmung arm. Wieso kann ich das nicht lernen? Ich habe keine Ahnung. Stärke macht wahrscheinlich keinen Sinn. Glück vielleicht. Koordination. Nehmen wir mal Charisma. Fertigkeitspunkte haben wir vier. Brauchen wir jetzt noch nicht ausgeben. So, er hat auch einen Attributspunkt und den können wir investieren in... Koordination vielleicht. Machen wir mal Koordination. Ein Fertigkeitspunkt ist trivial. Das ist uninteressant. Fertigkeitspunkt nehmen wir auf jeden Fall die Koordination bei ihm hier. Das ist wohl ganz klar. Sie bekommt... Puh, was bekommen sie denn? Die Ligenz ist vielleicht nicht schlecht. Die Täter brauchen wir nicht. Chirurg brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Ganz andere Gedönse haben wir einfach noch gar nicht gelernt. Oder kennen wir einfach gar nicht. Deswegen sparen wir jetzt einfach mal an. Ähm, er kann rohe Gewalt lernen. Eigentlich hat er noch ein Attribut zu vergeben. Nein, okay. Dann machen wir mal rohe Gewalt. Rose bekommt einen auf Handfeuerwaffen. Das Attribut können man nicht vergeben. Schade. Er hat kein verfügbares Attribut und Fertigkeitspunkten hat er ja gerade auch noch keinen. Informatik ist natürlich relativ hoch bei ihm. Standsetzung ist auch klar. Handgemenge. Das müssen wir auf jeden Fall mal skillen. Könnte glaube ich ganz hilfreich sein. So, laden wir nochmal kurz eben nach und vor allen Dingen Sprechen können wir gerade nicht. Das heißt, wir müssen erstmal einmal kurz durchwuseln. Wuselgedusel, sonst haben wir nach da. Schaut aus, als ob er es fast geschafft hätte. Ja, fast auch nur. Und davon abgesehen, äh, fehlt dem irgendwie Kopf und Hände. Ich hoffe, wir kommen hier durch. Warte mal, da ist was. Aber hier ist doch was. Ah ja, ist egal. Wir lassen es einfach so. Wir machen mal ganz kurz eben den Angriff. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, äh, ne warte mal. Ja doch, machen wir wohl. Den Kampf machen wir in der nächsten Folge. Ich mache mal ganz kurz ein Päuschen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Wasteland 2 wieder. Bis dahin alles Gute. Dank für's Zuschauen und tschü Sheng! Musik